Was? Ja, nehmt sie auf, ich weiß es nicht. Nehmt sie auf, ich weiß... Ja, ist nicht auf, ja! Jetzt kommt zurück Leute, ich bin hier neuen Video auf den Knall. Ja, neuer Fang für den Kanal. Es gab jetzt Bombay Space, dein YouTube TV. Und jetzt Pixel Friends. Einfach nur weil... YOLO! Ah, der DORO! Genau, und jetzt erstes bei den neuen Fangspielen wir Poké MMO. Ja. Ich hab' ich mir nie gespielt, ich kann ein bisschen... Ich muss sagen, ich mach' mal New Character. Okay. Ich nehm' Skin-Nummer... What? Warum haben die alle die Haare? Das macht ein bisschen Angst. Oh Gott! Äh, okay, der ist ein bisschen zu bleich. Nein. Ja doch. Wow, die kann sogar verfahren. Okay, das geht. Ähm, Head. Gut. Austal. Wow. 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 Warum gibt's denn da, aber gibt kein Braun natürlich. Was gibt's nicht? Braun. Eher blaue Haare genommen. Ja. Ich mach' einfach mal so YOLO. Und ist richtig... Krass. Okay. Haha. Eis. Wieso kann ich das... hä? Ich kann auch irgendwie die ah... ich kann... hä? Eh? Äh.. Ah, wieso kann ich das nicht ändern? Was? das top und ich kann ich mir die farben davon ändern man hat mir die karten wurden ich weiß auch ich will jetzt zum beispiel warte ich hab's gleich ich werde zum beispiel jetzt die fasciale herrung auswählen zum beispiel das geht nicht weiß nicht gut dass du so nett zu mir ist und mir so hilft finde ich schon er hat auch nicht bei meinem einfach so die haare gerne ja so heiß aber ich würde mich nicht hat sich abmachen der ic bob gibt es auch um die coole haare welcher als die mann haben muss wollen raum ja wartet auf mich schutzbein ja 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 doch ja zweigt das sieht cool aus sieht aus wie ein pokémon ich bin auch pokémon calm angry default juck mich nicht ich hab die eis ich kaffee die späuze geäußt wird auch abgeschafft an der nun bitte top nachher jetzt ist mir das haben wir das sind wir wissen ist ein bisschen kacki deswegen hat jetzt ein bisschen ein bisschen Probleme so einen Charakter nehmen uns in den Nungs wenn er uns und ich hatte gesagt soll ich das machen Kanto Hohen ich weiß es nicht ich möchte ein Mann sein und kann hier nicht raus nicht wenn man sein wird will ich jetzt ein Mann wird jetzt gut auch herrlich um die Komiker die Kölner auch Kulass weg ich bin sehr siehst du ich kurz geimpft ist und ein solches geöffnet und ein alles Kiel des Kontrollen Arnie alles die Dose Kontrolle Ach, Mann. Mir kostet das nicht ein bisschen ne. Wow. Ich soll jetzt eigentlich so eine Art Neuanfang werden bei dem Kanal. Heißt, ich werde mich bemühen, jeden Tag ein Video hochzuladen. Ich werde mich bemühen, vielleicht in der Gruppe Musik reinzuschneiden, wenn ich passende finde und auch gute Spiele zu haue, wo das gut passt. So, ich habe mich halt mal noch angerufen. Jetzt sagen wir, gehen Sie aber auf Fred Kravitor. Witzelkollin. Yo. So. Da ist er! Hallo? Hallo? So. So. mich so dass immer wieder pokémon mich keine ahnung ob es heute noch geht oder sowas ihr wisst irgendwie geht er nicht hören und jetzt zu sagen gucken wir mal ob mir das selber gebacken kriegen dieses dieses spiel ich habe nie gespielt pokémon habe ich auch kaum gespielt mehr zu sein mein gott wieso schreibe ich immer die kacke würde es gar nicht schreiben dann kann ich da irgendwie das ist toll aber ich krieg das wieder weg ich weiß es nicht nein das ist nicht das vorgedeckt drei noch da kann werden ok ok it's time to go aber wohin denn was steht dort drauf ich möchte mal zu klicken ok it's a post notice if you're confused ask for help press l or r button von oder irgendwie muss ich noch mit der mutterin und ein pokémon in pokemon mom right and mom right all boys leave home sunday i said so on terry oh yes prof oak was i next door was looking for you good to give me to professor die sattel kommt und spielt nur pokémon zur hälfte ungefähr pokémon blau musste anfangen und pokémon herzgold auf mit dem sein und auf nintendo das auch nicht so weit um das anruf ausgeliehen und ja seitdem als er nicht mehr gespielt ich öffne uns in die chat-weiten enttet warum halbige kommen dann die kreis kann aber ich meine rivale so genannt ich dachte schon fast und zufrieden was für ein zufrieden so zu fester heute war doch hier dran oder wenn ich alles täuscht ja sonst kann man da eigentlich gleich ein start auswählen der professor eichel da Wo ist es auf, Weser Eichel? I study Pokémon as Prof Oxide. Oh, hä? Wo ist es auf, Weser Eich? Hallo? Der steht doch hier drin, oder nicht? Hä? Go-Light, bin ich wirklich verwirrt. Also ich sage, tut mir leid, ich habe kaum Pokémon gespielt, ihr könnt mir gerne weiterhelfen. In den Kommentaren, so ein bisschen. Ich kenne mir auch kaum Pokémon übrigens. Also von dem Namen her, so freiwillig so. Das ist ein Sie, was ich kenne, ist Pikachu und... Jo, Glomando. Thecology is incredible. You can now store and recall items in Pokémon as StarTW PC. Hä? Hä? Ich war doch jetzt... Hier ist rein. Hier ist kein Pokémon. Hier meine Mutter. Und ja, ist... Auch kein Pokémon. Auch... Ah, warum sieht das so komisch aus? Hey, wait, don't go out! Ah, ich habe gerade verwurrt's. Ich habe gerade verwurrt's. It's unsafe, while Pokémons live in tall grass. You need your own Pokémon for your protection. I know, here you come with me. Okay. Hallo? Cramps, I'm fed up with waiting. Mega, let me think. Oh, that's right. I told you come. Just wait. Hier, PixelColin. There are three Pokémon here. Haha. The Pokémon are held inside these Pokéballs. When I was young, I was a serious Pokémon trainer. But now, in my old age, I have only these three left. You can have one. Go and choose. Hey, Cramps, no fail. What about me? You can have one, too. You can have one, too. Gut, als mit anderen Worten, ich darf es nicht daraus gehen, weil es zu ungefährlich ist. Und jetzt, äh, der früher ganz die Pokémon ist, weil jetzt ist das so alt und hat noch drei Stück übrig ist, dass wir uns aussuchen. Weil ich nicht mehr. Ich wollte mir. Hmm. Squirtle? Ich schieße doch, oder? It's the choice. It's the one worth racing. Nein, das will ich nicht. Ich will kommen. So, bitte, Colin. Nein. Nein. Ein Danke. What's dett für? Oh Gott. Wie heißt der Wieser Sam? Ich weiß es nicht, Leute. Jetzt bunt er es ja gut. Die die Jungs sind sehr jählige Hin tuppide. Und kürz. Ich möchte. Ja. Der genau. Ah, Charmander is a choice. You should raise it pension. So, Piccolny, you're claiming the fire Pokemon. Yes! And this Pokemon is really quiet. Was? Quitte! Energetic! Okay, Quitte Charmander is already good. Also quiet. Piccolny has survived the Charmander from Professor Oak. I'll take this one, then. Mika has survived the Charmander from Professor Oak. Yeah. Let's grab your hands on. Wait, Piccolny, let's check out our Pokemon. Come on, I'll take your own. Good. Euromika would like to battle. Euromika has sent out Skriddle. 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 Keine Ahnung, wie man ausspricht. So, fight Pokemon. Run. Genau, fight. Wir machen einen Scratch. Einen Kratzer. German to use Scratch. Kratsch. Faust School. Okay, wir sehen mal. Crowds. Das bringt, glaub ich, gar nicht, oder? The use crowds in the hue we're making the fire Pokemon attacks. Okay, wir würden sagen mal, ich glaub, das bringt mir gar nichts. Oder? Doch, klar, mach's schaden. Oder? Ah, nein, hat's doch forward. Oder John abzogen. Ich weiß das nicht. Nein, hat's gar nicht. Gut. Haben wir jetzt Scratch. Nein, der führt. Der führt. Komm bitte. Ein effektiv, bitte. Nein, der wird gewinnen, weil man zum Gleichen abziehen. Nein, der wird gewinnen. Nein, der wird gewinnen. Ich wird gewinnen. Ich wird gewinnen. Ich wird gewinnen. Ich bin auch gewesen. Wo ist denn O-Set? Ich kann die englischen Zahl nicht. EXP-Poins. Ja. German der crew up to level 6, Leia defended und Revan Weka. What! Unbelievable. I picked the wrong Pokémon. Pikki kann und get 80 cash. vorliegen okay ein netter Dokument der Lur Künstler wir riechen und später riechen in der Wieser nicht weiter wenn wir sagen wenn die Partizierungen die Kirchen schneiden müssen müssen sie nicht so gut den Sieg Schwerung hat ihn in der Klasse kommen daumen wenn ich da nicht bis dahin schießt